Ist es möglich, jetzt das hier rauszunehmen? Einfach nur so, weil ich würde das gerne mal hier hinstellen. Ja klar, das können wir machen. Ich nehme mal den AI raus, weil der ist nämlich nicht angeschlossen. Weil ich möchte jetzt mal hier für mich, eine Frage, die sich für mich gleich gestellt hat, wie sicher hängt das auf der, ne, sonst rutscht das durch die Gegend oder was macht das? Rutscht nicht durch die Gegend. Rutscht, kann ich bestätigen, rutscht überhaupt nicht durch die Gegend. Du kannst es gut gemacht, wenn du den Ständer aufklappst, wenn du es so schräg vor dich hinstellst, selbst dann ist die Stabilität noch da. Klar, also es ist ein Plastikgerät, das wiegt auch keine 10 Kilo, wenn du da jetzt mit roher Gewalt rangehst, dann verschiebst du das auch. Aber die Stabilität ist für mich auf jeden Fall sehr angenehm und absolut ausreichend. Ich mache jetzt mal hier den Rocker. Durchaus mit ein bisschen Energie rangehen. Richtig. Was ich zum Beispiel super spannend finde an dem ganzen Konzept ist, dass ich wirklich sagen kann, hey, ich will keine 16 Fader, ich will vielleicht gar keine Fader haben, aber ich möchte so ein Drumpad haben und ein AI Knob und so weiter und so fort. Das ist wirklich alles beliebig kombinierbar. Ich könnte mir jetzt auch 10 von denen dranhängen. Oder 6 oder 8. Nein, da gibt es Einschränkungen. Also es ist zwar so, du könntest von dem Fader zum Beispiel bis zu 4 an ein System hängen, allerdings würde ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass du 10 von den AI Knob wirklich an einem System betreiben kannst. Okay, gibt es insgesamt ein Maximum 8, würdest du sagen 6? Also ich habe es mal so einfach ausgerechnet, dass ich gesagt habe, wenn du von jedem einen hast, vom Fader über 4, dann sind es 9 Geräte, die du an ein System hängen könntest. Das wäre auf jeden Fall machbar. Alles weitere müsste man testen. Habt ihr noch nicht ausprobiert? Hab ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich kann dir jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, was passiert, wenn du 20 Geräte wirklich an ein System hängst. Müsste man wirklich testen. Und es gibt auch keine Beschränkung, welche Modelle ich kombiniere. Also ich könnte auch 9 mal die Pads nehmen. Ist das richtig oder nicht? Jein. Also da gibt es auch eine Einschränkung. Cubase erkennt unterschiedliche Pads auf jeden Fall. Das Problem beim Pad Controller ist dann aber zum Beispiel, dass es ja ein General MIDI Controller ist und du einen sogenannten Pad Editor hast. Das heißt, da kommt eine Software mit, mit der kannst du einstellen, welche Adresse wird wohin geruht. Da musst du natürlich aufpassen. Wenn du Doppelbelegungen hast, dann kriegst du schnell Probleme. Jetzt sind wir aber schon bei dem Protokollproblem gekommen. Also ich habe jetzt hier schon eine ganze Menge verschiedener Sachen gehört. Ich habe MIDI gehört. Standard-MIDI-Protokoll für gewisse Sachen. Dann habe ich gehört Mackie Huey. Und dann weiß ich, dass der AI-Nob definitiv nicht im Mackie Huey-Protokoll drin ist. Das ist dann wieder euer eigenes Protokoll. Das heißt also, in diesen ganzen Controllerserien schlummern mindestens drei Protokolle. Kannst du im Prinzip so sagen. Wobei man natürlich sagen muss, letztendlich ist Mackie Huey auch nur ein MIDI-Protokoll. Könnte man so sagen. Aber es ist so, dass wir zwei General-MIDI-Controller haben. Die haben wir einfach mit reingenommen, weil wir Leuten, die nicht Cubase benutzen, aus welchem Grund auch immer, das gibt ja Gründe, dass die vielleicht auch mal so einen Controller in die Hand nehmen und versuchen damit zu arbeiten oder damit auch arbeiten möchten. Wir haben zum Beispiel gehört, dass ein Benutzer eines bekannten Elektronik-Musikprogramms mit A am Anfang und Bilden am Ende sich so einen Quick-Controller besorgen wird, weil er immer schon auf der Suche nach so einem kleinen handlichen Controller war wie Fader Fox. Da habe ich aber auch wieder was komplett missverstanden. Als es präsentiert wurde, hatte ich und viele andere auch das Gefühl, hey, das geht jetzt wirklich nur mit Cubase. Das ist perfekt angepasst an Cubase, nur an Cubase. Und muss Cubase 6 nehmen, dann hast du diese wunderschönen Controller. Wieder mal ein Grund, mehr Cubase zu benutzen. Aber da höre ich ja jetzt, dass das gar nicht der Fall ist. Naja, also es ist so, dass zwei von den Controllern tatsächlich MIDI-Protokoll einfach rausschmeißen, wenn man sie im MIDI-Modus fährt. Deswegen sage ich, an dieser Stelle kann man natürlich auch mit jeder anderen Software das benutzen. Die restlichen Controller sind für Cubase gedacht und da kannst du dann wirklich auch nur in Cubase mit der vollen Integration rechnen. Du weißt aber selber, bist ja selber Techniker, wenn man Crack ist, dann kann man sich vielleicht auch jeden Controller, der irgendwie MIDI rausschmeißt, auf sein eigenes Programm umbauen. Aber da legen wir keine Hände ins Feuer, da machen wir keine Werbung. Das ist doch sowas wie eine MIDI-Pipe und anderen Schweigekram. Vielleicht wird es das geben, wer weiß. Cubase to, was weiß ich, Rapper. Ich weiß es nicht. Es gibt diverse Freeware-Tools, mit denen du MIDI-Kommandos umrouten kannst auf andere Funktionen. Da geht bestimmt irgendwas. Vermutlich, ja. So, jetzt möchte ich aber nochmal, bevor wir jetzt wieder im Protokoll gelandet sind, einfach nochmal so eine kleine Probefahrt machen hier mit deinen Hardware-Elementen. Pass auf, dafür möchtest du gerne ein Schlagzeug wahrscheinlich hören. Ja, ich möchte einfach mal so, es gibt ja so Druckpunkt-Geschichten bei MPC-Pads und da ist das immer schon mal ganz spannend, wie die wirklich reagieren. Ja, dann mal los. Soll ich das Mikro halten für dich? Ne, das kann ich selber halten. Das schaffe ich noch. Also was hier schon mal positiv auffällt, ist, dass die Grundsensibilität nicht zu hoch ist. Also es gibt von Archive-Pads an den Controller-Keyboards, da musst du wirklich schon mal erstmal ganz schön draufkloppen, bevor überhaupt was kommt. Die sind zwar super druckempfindlich, haben viele Dynamikstufen und das ist hier aber besser. Hier kann man auch mal filigran, als wenn es die Freundin wäre, mal ganz filigran dran rumklopfen. Und trotzdem aber sehr, sehr gut. Zuerst hatte ich Angst gehabt, Christoph, dass die von der Größe ein bisschen zu klein sind. Weißt du, wo du denkst, okay, wenn ich da jetzt so draufkloppen will oder so, ist vielleicht auch im Club ein bisschen gefährlich, so klein. Aber zum Programmieren ist das natürlich gut. Genau, ich sehe es tatsächlich sogar eher als Vorteil, dass er so klein ist, weil du kannst ihn echt in die Hosentasche stecken. Passt in jede Innentasche deiner Jacke und probier das mal mit anderen Produkten, wird dann schwierig. Es gibt andere tolle Produkte auf dem Markt, wirklich, aber ich finde den auch echt toll, weil er so kompakt ist. Und wir haben eine Woche, bevor wir die tatsächlich final bekommen haben, nochmal jemanden von unserem großen Mutterkonzern da gehabt, der die Pads ausgewechselt hat. Weil da hat man wirklich viel Zeit investiert, um sie wirklich so zu machen, dass sie richtig ansprechen. Und das gilt hier auch für die. Das ist auch sehr schön, vor allem ist es schön, dass ihr auch so eine Rückmeldung bekommt. Warum geht jetzt dieses Pad an, von der Farbe her? Du hast 16 verschiedene Velocity-Einstellungen für diesen Controller zur Verfügung. Die kannst du dir im Pad-Controller oder in der Pad-Software angucken. Wenn ich die gleich mal öffnen soll, kann ich das tun. Du kannst über diesen Curve-Setup-Knopf eine von 16 Velocity-Einstellungen auswählen. Die erste ist eine lineare Einstellung, dann kommen so verschiedene Kurven, so Treppengeschichten und hier kommen feste Velocities. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise hier die 13 da oben auswählst, dann hast du eine feste Velocity für deine Pads. Okay, ich kann also quasi Full Level machen, so ein Kram kann ich denn auch zum Beispiel hier über den Schalter dann so, dass ich hier nicht mehr eine einzelne Kick habe, sondern dass ich hier chromatisch was spielen kann? Oder muss ich das im Editor alles machen? Naja, nö, das kannst du dir in jedem VST-Instrument anbauen. Stimmt, kann ich ja, sag ich einfach, die Noten kommen chromatisch raus und dann... Kommen sie sowieso. Also die Grundeinstellung ist C, Cis, D, Dis und so weiter. Okay, hat sich der Punkt erledigt. Drehregler. Drehregler ist in diesem Fall dafür da, da gibt es so einen kleinen Browse-Knopf. Wenn du da drauf drückst, geht im VST-Instrument dein Soundbrowser auf und du kannst dir hier ein anderes Drumkit auswählen, klickst auf OK und dann haben wir ein anderes Drumkit. Gut. Fällt mir fast nichts mehr zu ein, ehrlich gesagt. Eine Sache noch zum Pad-Controller. Immerhin fällt ihm noch was ein. Er hat 16 Bänke, also 16 Pads mal 16 und wenn du auf Banknummer 16 unterwegs bist, dann hast du im Cubase 16 Funktionstasten zum Verfügung, die du frei zuweisen kannst. Also hier wieder Edit, Transportfunktion, was auch immer. Sehr gut. Klasse. Grüß auf. Super, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich mal ein Testgerät bekomme. Ich hoffe, das ist schon in Arbeit. Vielen Dank. Danke dir.